hallo zusammen und es geht weiter mit fortnight spaß beim zusehen wünsche ich wir bekommen hin und wieder als ein oder 10k auftrag fischstäbchen restaurant deko zu zerstören das fischstäbchen restaurant oder sticks restaurant ist hier oben das am strand bei craig eclipse und dann müssen wir deko zerstören diesmal sind es keine gebäudeteile sondern dekorations artikel dazu zählen die netze die überall hänge lampen dann alles was als deko zählt oder gilt so und dann auch zum fischstäbchen restaurant von stick das heißt das restaurant in dem fall müssen wir einrichtungsgegenstände zerstören der deko artikel meine ich schuldigung das heißt deckenwände und so weiter zählen nicht da will ich nur deko artikel und das sind nur die sachen im verkaufsraum aufgehängt hat also es hängen da fischer netze bilder dann beruhigen als lampen so was müssen wir zerkloppen so sieht um deko artikel das ist ein deko artikel das dekoriert so und damit ist es auch schon erledigt ich sage danke fürs zusehen und tschüss bis zur nächsten folge macht's gut so gut so